Wir sind bei der Show Urbanetics die Biker und führen Kunststücke mit den Fahrrädern vor. Ich bin zu Urbanetics gekommen, weil einem Kollege ausgefallen ist und ich wurde im letzten Moment noch angerufen und wurde gefragt, ob ich mitmachen möchte und da habe ich natürlich ja gesagt. Ich fahre seit knapp acht Jahren BMX und bin seit zwei Jahren hier bei der Show dabei. So gesehen die Shows selber sind für uns jetzt nicht so anstrengend wie für andere vielleicht, weil wir uns nicht großartig warm machen müssen oder vorher irgendwie üben müssen. Wir fahren einfach drauf los.